so hoch rechts wieder rechts weiter und runter drüber was passiert jetzt aha schöne falle gewesen also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet okay gut so wissen muss ich mich ziemlich beeilen nach vorne damit er es nicht auslos sage ich doch du kleiner verbrecher dafür wirst du bestraft und feuer schön wieder aus auch schnell wieder zurück ich wüsste jetzt wieder betätigen na was macht jeder hat sich doch mit sicherheit eine bestrafung dafür verdient nach gut und zack auch der schon wieder nein ich rede nicht mit ihm das dauert zu lange ich habe keine zeit wir haben doch keine zeit so erst mal runter hier so was hat sie schönes getan oder er könig friedrich der zweite der kriegsflüge ach ich wurde entrohnt und gedämmigt ach ach ich bestraft den adios amigo und weiter geht's so kann ich was noch jawohl jetzt kann ich endlich mal was neues freischalten der bolicher schlitzer auch nicht schlecht und hier einmal totes auch kommt die meisten frei und mal direkt mal aus und nicht schlecht somit gibt es nur mit anders durch die x so ein Zauberer Oh, nicht richtig. Boah, ist das schnell. So schnell er da war, so schnell ging er. Boah, Wahnsinn. Jetzt geht's ab hier. Boah. Richtig schön so. So, wo denn jetzt was? Das kann ich nicht platt machen. Ach, hier rein. Okay, wir klettern. Oder nicht? Doch. Zack, zack. Rüber. Wieder etwas. Auf das Feuer aufpassen. Jetzt rüberspringen. Hoch, hoch. Jetzt rüber. Sehr schön. Und runter hier. So. Kleine Runde speichern, würde ich sagen. Ja, so sieht's nämlich aus. Was haltet ihr von das Spiel? Das würde mich schon sehr interessieren. Ich hab zwar ein paar Nachrichten bekommen, dass das Spiel genial sein soll. Und super Klassiker. Spielen die die sogar sehr oft. So. So, jetzt möchte ich ein bisschen zu drehen hier. Um die hier. Das Handwerk zu legen. Na, komm. Auch diese Dinger mag ich nicht. Wie die Feuerkreaturen oder... ...was auch immer das sein soll. Die stören. In meinen Augen. Mehr. So. Das ist ja kein Thema hier. Hat er aber einen bekommen. So. Erstmal hier wieder Hebelchen drücken. Sehr schön. Oh, oh. Was jetzt? Was jetzt? Was nun? Aha. Da rein? Okay. Alles klar. Dann wollen wir mal. Ähm. Ach, Energie brauche ich nicht. So rüberspringen. Autsch. So. Weiter geht's. Ähm. Hm, hm, hm. La, la, la. Klettern wieder. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ähm. Danke auf jeden Fall für eure Nachrichten. Super. Hat mir super gefallen. Euch gefällt das Spiel genauso sehr wie mir. Habt vielen Dank schon mal im Voraus dafür. An alle, die mir geschrieben haben. Thanks. So. Nun aber wieder konzentrieren auf das Spiel. Oh, mir sehe ich schon wieder Rätsel. Ja, das weiß ich doch. Ach, ähm, Gottchen. Ach, jetzt weiß ich, hm. Die Kiste wohl da reinschieben. Dann wollen wir mal dies auch tun. Und ich weiß auch schon, was die meinen. Und zwar bestimmt. So. Jetzt. B gedrückt halten. Loslassen. Ach, schnell, schnell, schnell. Ist das Tor oben? Ähm. Ach so, ich bin zu leicht. Gibt's hier noch eine Kiste? Nein, sehe ich leider nicht. Ähm, so. Hier auch nicht. Okay. Okay. Jetzt aber. Ja, sag ich doch. Sehr schön. Wieder ein Rätsel. Gelöst. Gelöst. Gelöst, meinte ich. Sorry nochmal. So, drauf geht's hier auf den Opa. Oder Zaubereropperchen. Aufstatt sind wir nicht. Aber ich glaube, ja. Die beschwören. Eigenen Gegner noch dazu. Damit ja die Jangen zu allein dastehen. Na, kennst du den schon? Ist hier noch jemand am Leben? Dann nicht. So. Ab durch den. Oh, wieder eine Seele. Okay. Okay. Den bestrafe ich aber auch. So. Wieder klettern. Okay. Vorsichtig. drüber springen, drüber. Abwarten. Etwas runter. Und jetzt drum auch. Sehr schön. Uh, ist das heiß. So, wo bin ich jetzt zugelandet? Aha. Good morning. Ihr seht schon, hier kommt wieder ein Rätselchen. Das wir auf jeden Fall lösen müssen. Hm, hm, hm. Oh, die Schäde ist mir geplatzt. Da hoch muss ich also. Okay. Mal schauen. So, ein bisschen Energie. Lebensenergie bräuchte ich. Okay, das geht runter da. Ähm, was hier? Keine Ahnung. Ähm, okay, das ist eine Kiste. Hm. Die bräuchten wir dann auf jeden Fall gleich. So, und zwar. Ich stehe es mal raus. Ähm, wohin mit der Kiste aber? Ich glaube, wir müssen die, glaube ich, hier hinstellen. Hm, bin mir aber nicht so sicher. Geht auch. Hier geht nichts kaputt. Oder die Kiste hier reinstellen. Was ich sogar mehr vermute. Weil hier ist ja auch nichts so weit. Okay. Na, komm. Die Kiste greifen. Hier rein. Oh, geht hier gar nicht? Okay, da ist wohl nichts drin. Ähm. Woher mit der Kiste? Hier hin vielleicht? Hier hoch. Nee, nee, nee. Hm. So, da haben wir ein kleines Problem. Mal über, mal in Schaft überlegen. Ich muss da hoch. Ich glaube, ich muss die in die Ecke tun. Die Kiste. Okay. Oder aber auch... Ach, hier hinwürfe ich doch gar nicht. Ach, da ist sogar... Ach ja, Moment, Moment. Da ist ja ein Hebel noch. So, noch mal das gleiche Spiel. Zack. Ach, jetzt verstehe ich, wohin die Kiste muss. Jetzt habe ich es gesehen. So, die Stad... Die Stadtoe kann... Genau. Zack. Die Kiste ist drauf. Na, geht doch. Jetzt komme ich auch, glaube ich, auch irgendwie weiter. Okay, ähm. Wohin jetzt? Nochmal den Hebel, bitte. Nein. Geh durch wieder. Guck, guck, guck. Uncharted. Gibt es ja keinen anderen Ausweg. Meiner Meinung nach. Ah, das sind wir sogar richtig. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020